Moin, ich bin Laura und heute zeige ich euch ein beliebtes Verkehrsmittel in Kiel, die Förderfähre. Dafür habe ich zuerst unseren Rucksack gepackt. Mitgenommen wurden frische Früchte als Snack, Strickjacken zum Drüberziehen an Deck, Sonnenhüte für die Kids mit Band, da es windig werden kann, natürlich Sonnencreme, etwas Wasser und kleine Scheine für den Kiosk auf der Fähre. Fertig gepackt ging es vom Anleger Reventloh in Kiel los Richtung Labö nach Möltenort. Auf der Fähre gibt es drinnen und draußen zahlreiche Sitzmöglichkeiten auf zwei Ebenen. Ein Kiosk sorgt mit vielfältigem Angebot für das leibliche Wohl. Hier findet ihr Warmes und Kaltes und natürlich finden auch die Kleinsten etwas Feines. An einem Fensterplatz haben wir es uns dann mit unseren Snacks gemütlich gemacht und genossen die Aussicht während der Überfahrt. In Möltenort angekommen, gab es direkt am Anleger viel zu entdecken. Am Hafen und an der einladenden Tapasbar entlang ging es zum U-Boot-Ehrenmal und schließlich zum Strand. Von hier aus hat man einen wundervollen Blick auf das andere Ufer. Hier findet ihr außerdem Cafés mit toller Sicht und einen schönen Spielplatz im Sand für die Kleinen. Perfekter Gitzgaum. Mit Fischbrötchen im Bauch ging es wieder zurück nach Kiel. Auch die Rückfahrt mit der vollelektrischen Fähre war für die Kids ein Highlight. Vom Winde verweht, legten wir am Anlegerseegarten an. Na, Lust auf Fährefahren bekommen? Dann werft einen Blick in den Sommerfahrplan. Ihr habt sogar ein Deutschland-Ticket? Perfekt, denn das gilt auch an Bord.